ermutige deine zuschauerinnen dazu dann live zu teilen und noch mehr freundinnen freund freund freundinnen einzuladen sagt mir grad tiktok ich soll ich soll die leute ermutigen ok leute kommt gerne in meinen stream rein ich bin jetzt dumblegeist macht spaß einfach mitmachen hat mal spaß war gut werbung wir gehen mal hier rein die erste runde zeig mal was zeig mal soll ich jetzt zeigen da ist dann der war gut gewesen da habe ich kurz ein bisschen ein bisschen gespürt weil ich fast gegen geknallt aber noch gerettet das war sehr knapp was ist jetzt los möchtest du das spiel verlassen ich wollte nicht verlassen ich will auch spielen wir haben nämlich jetzt raus geschmissen oder was warum war ich so krass oder wie aber wir haben es echt nicht verlernt war meine freunde wenn jetzt kein fehler kommt tun mal ihr sie den platz 1 hier ist halt so und unschlagbar ist dann sind halt keine richtigen gegner da drin wir waren nie weg gewesen wir waren nie weg oh ja das ist aber gut geblockt eben jetzt wird es interessant interessant hier oh jetzt seppi boy ach man ihr seid zu schlecht leute gibt euch auch ein bisschen mehr spaß aber gut die spielt sepp punkte werdet ihr auch bald gebrauchen können wieder wir 11 zum beispiel auch heute schon 9 ok macht man die 10 voll ist ja auch lustig aus ganz cool aus eigentlich aber es halt dasselbe wie blockdash klar nur halt ein anderes ähm anderes style war kann man hinten rauf gehen bei den typen da ne scheiße warum geht das nicht ich bin raus da habe ich im team immer glaube ich den anderen also es ist der 3 ausdienst im tier all gelbe skins einer von den gelben ist mein in mein team aber wem weiß man nicht selbst könnte auch mein team sein oh seppi hoffentlich dass du mein team bist ne er war nicht mein team dann ist gut weg mit dir nicht gut oh maschine wie schafft er das dreimal oha du musst mich wieder überleben du musst mich wieder überleben du musst mich wieder überleben mach doch hol doch hol doch dings kollege ja jetzt ist weg oh nein oh scheiße er hat gemacht jetzt zum alterne skills gesehen aber ich war trotzdem tot sepp und wenn ihr habt immer im selben team war